hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal mein name ist christoph von der firma autopartner und heute bei diesem erstaunlich sonnigen sommertag begrüße ich euch zu einem neuen video und heute möchte ich euch die minivans vorstellen chrysler pazifika und chrysler voyager und zwar ist 2022 der chrysler voyager von chrysler neu aufgelegt worden und neu rausgebracht worden aber wie ihr feststellen werdet sind die autos sich sehr sehr ähnlich und einige sind sie fast schon gleich und zwar haben wir hier den chrysler pazifika facelift modell ihr kennt den aus dem letzten video schon da habe ich euch das auto schon mal vorgestellt und habe ihn mit dem alten verglichen und ihr werdet jetzt feststellen dass zwischen dem neuen pazifika und dem neuen voyager eine große ähnlichkeit besteht wie zwischen dem neuen pazifika und dem alten pazifika lange rede kurzer sinn der voyager ist im endeffekt nur eine abgespeckte variante des pazifikas und was genau geändert wurde zeige ich euch jetzt pazifika facelift modell wir haben die komplett geänderte front wir haben led tag völlig in den schadenwerfern und die schadenwerfer sind insgesamt etwas schmaler geworden wir haben den wabengrill wir haben hier unten alles ebenfalls in wabenoptik die ganze front ist etwas sportlicher geworden der voyager ist im endeffekt der alte pazifika und genauso ist auch übernommen die plattform ist die gleiche das auto ist faktisch das gleiche alte front also man sieht hier noch mal schön den vergleich neu zu alt wir haben die alte schadenwerfer form wir haben halogen scheinwerfer bei dem voyager und wir haben keine nebel schadenwerfer je nach ausstattung gab es ja bei dem pazifika nebel schadenwerfer ja oder nein bei dem voyager gibt es die nicht dann sind sie ansonsten identisch beide 17 zoll gleiche karosse gleiches fahrwerk gleiches getriebe gleiche autos hinten kommt man mit nach hinten dann zeige ich mir die unterschiede auch da ist es eigentlich es gibt kaum unterschiede zum zum pazifika wir haben hier den pazifika mit dem leuchtband was jetzt einmal durchgeht am heck bremsleuchte tagfahrlicht blinker rückwärtsgang etc alles dran voyager sieht genauso aus wie der alte pazifika habe ich schon dreimal gesagt ist aber auch so hat sich nichts daran geändert alten rückleuchten alter kofferraum klappe und das einzige was sich geändert hat ist der voyager schriftzug beide autos haben nach wie vor elektrische schiebetüren der pazifika hat auch per se immer die elektrische heckklappe beim voyager gibt es unterschiede dieses modell so wie er jetzt hier steht hat auch die elektrische heckklappe aber manche haben auch die manuelle heckklappe von innen wie gesagt der hat jetzt die elektrische heckklappe sind die aber auch gleich wir haben nach wie vor sieben sitze wir haben stone go system also wir können den einzelsitz einklappen wir können diese doppelsitzbank einklappen und die beiden sitze in der zweiten sitzreihe genauso im innenraum ist auch da das auto gleich aber ihr fragt jetzt warum erzähle ich euch das ganze weil der voyager preislich wesentlich günstiger ist weil ein großteil der ausstattungsvarianten oder der abgespeckten version findet ihr jetzt im innenraum auch ledersitze in unterschiedlichen farbkombinationen jetzt kommen die eigentlichen wesentlichen unterschiede die den preis ausmachen wir haben beim voyager keine sitzmemorie funktion wir haben ein plastik lenkrad ich zeige gleich das pendant in dem touring el pazifika wir haben hier vorne den schalter nicht der fehlt beim touring l ist ja hier der knopf für den nebelscheinwerfer wir haben das kleine entertainment system hier aber ich setze mich mal rein und mach es euch noch mal an da bist du also kleines display beziehungsweise das gab es auch früher beim beim pazifika je nach ausstellungsvariante drei funktionen sind ähnlich der voyager klimaanlage der pazifika klimaautomatik wir haben aber auch hier trotzdem rückfahrkamera wir da stehen noch mehr voyager also wir sind im moment voll ausgerüstet mit pazifikas und voyagern rufen uns gerne an apple carplay android auto ist nach wie vor auch bei dem kleineren display vorhanden und ihr seht hier das ist das die alte display ansicht das heißt wir haben hier kommen ein bisschen näher ran klappt das so das heißt wir haben nur hier das kleine digitale display in der mitte und rundherum seht ihr dass das analoge anzeigen sind wir haben hier die analoge also was heißt die analoge tankanzeige natürlich sind die ist die beleuchtet aber sie ist im endeffekt nicht digital und hier die temperaturanzeige im pazifika werdet ihr gleich sehen dass der ganze ausschnitt ein voll digitales displays und ansonsten diese knöpfe sind nicht belegt das sind beim pazifika abstandstempomat und wir haben diesen knopf nicht belegt das ist der spurwechsel assistent da werdet ihr gleich sehen dass diese knöpfe in dem pazifika belegt sind und ansonsten sind es eigentlich die identischen autos zu den harten fakten bei dem das ist jetzt ein auto aus 20 21 hat 60.838 meilen gelaufen da sind so über den daumen 100.000 kilometer kostet 39.900 euro wenn wir gleich in den pazifika steigen der hat zwar weniger gelaufen knappe 19.000 oder 20.000 meilen der kostet aber 17.000 euro mehr muss man sich jetzt überlegen was will ich klar schicker mehr ausstattung ist mir das 17.000 wert wir gehen mal rüber ich zeige euch mal das andere auto pazifika das ist jetzt der touring l werden auch noch den limited habe ich habe auch schon mal ein video zugemacht kennt ihr auch elektrische schiebetüren habe ich schon gesagt haben sie alle hier ist jetzt der unterschied wir haben sitz memory funktion wir haben die diesen türgriff der ist jetzt in einer etwas anderen alu gebürstet optik eingefasst als bei dem anderen auto wir haben hier jetzt den knopf für den nebelsternwerfer vorne die nebelschlussleuchten hinten haben sie ja generell nicht die rüsten wir ja für ein tüv in deutschland nach lenkrad sehen jetzt hier den unterschied ich weiß nicht was das andere sieht man das ja so nix sonst guckt euch das mal an das lenkrad das lenkrad hier ist richtig beledert und dann schweckt noch mal eben in den anderen rein ohne dass wir jetzt die türen ineinander hauen da sieht man dass das lenkrad nur das plastik lenkrad ist das sind halt die kleinen sachen die den unterschied ausmachen in der ausstattung und daraus resultiert natürlich auch der unterschiedliche preis dann haben wir hier das große display über zehn zoll auch da setze ich mich noch mal eben rein das heißt der rahmen ist hier voll ausgefüllt update wollen wir später machen große display voll ausgefüllt komplett neue software drauf das neuste vom neuesten hier könnt ihr widgets einstellen und euch das ganze dingen aufbauen wie ihr möchtet hier haben wir die klimaautomatik hier haben wir sitzheizung lenkradheizung das sind jetzt die drei knöpfe was ich gerade gesagt habe das ist der abstandstempomat regulären tempomaten hat der voyager auch abstandstempomat hat nur der pazifika und der knopf hier ist der spurwechselassistent den wir haben und als letztes haben wir noch das große digitale display hier da sehen wir jetzt hier die der aufbau ist identisch nur dass das jetzt hier digital ist und dass das alles jetzt ein display ist und wir dann hier im display hin und her springen können das ist im endeffekt der große unterschied sie sind qualitativ eigentlich gleich also die preisunterschiede resultieren wirklich nur aus dem alten design alte scheinwerfer alte rückleuchten und technische ausschottung im innenraum das ist eigentlich alles oder hab ich das vergessen sie sind beide cool genau das war eigentlich alles schon dazu wenn es euch gefallen hat sowohl das video als auch die autos sagt gerne bescheid lasst mir gerne ein like und abo da wenn ihr fragen habt oder anfragen oder möchte meine probefahrt machen was auch immer meldet euch gerne kontakte stehen unten und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal